Hi liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent und ich will euch erzählen, wie ich den verbracht habe. Ich will euch darüber erzählen, wie es bei mir im Moment mit Long Covid aussieht. Bin gegen 14 Uhr zu meiner Mutter gegangen. Der Hinweg war zum Glück ohne Beschwerden. Kein Long Covid bemerkt, wunderbar. Ja, vorher war das leider immer der Fall gewesen, dass ich so komische Gefühle hatte. Ja, bei meiner Mutter gab es super leckeres Essen, zum Beispiel Tomatensuppe. Dann gab es anschließend Reis mit Fleisch, Soße und Gemüse plus Salat. Alles wunderbar lecker. Meine Mutter ist eine hervorragende Köchin und wir haben uns auch toll unterhalten. Ein wunderschöner Nachmittag. Den Einkauf, den meine Mutter für mich gemacht hatte, habe ich aus dem Auto rausgeholt und bin dann nach Hause gegangen. Ist leider so ein Weg, wo ich etwas Steigung habe. Und da merkte ich wieder, dass ich nicht so fit bin, wie ich gerne wäre. Ich habe wieder gemerkt, dass da so in meiner Brust so komische Gefühle wieder waren. War zum Glück noch keine Brustschmerzen und ich merke immer noch, dass ich Long Covid noch nicht ganz los bin, obwohl es schon besser geworden ist. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück.